Moin Leute, wer noch Bock hat auf einen kleinen Livestream, schaut jetzt rein. Link ist in der Videobeschreibung. Es geht heute weiter, beziehungsweise zum ersten Mal hier auf Twitch mit Metro Exodus. Und zwar im Schwierigkeitsgrad Ranger Hardcore, also dem schwierigsten, der geht. Und ich würde mal sagen, lasst uns die Kampagne damit durchspielen, oder? Bis gleich auf Twitch, Link in der Videobeschreibung. Tschüssi Kowski Leute, macht's gut. Ciao.